Heute mal wieder einen Bourbon auf der Theke. Und das streng genommen schon zum zweiten Mal. Barrelproof, Alaya Craig, zwölf Jahre. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Januar 2016 war es. Da hatte ich ihn schon, damals noch im Vorgängerdesign, mit dem Standard 12er. War, glaube ich, auch mein erster Bourbon vor der Kamera. Und auf jeden Fall meine erste Bourbon-Faststärke, die ich überhaupt getrunken habe. Hat mich sehr beeindruckt. Ich habe ihn damals ausgesucht, da ich den Standard schon kennengelernt hatte. Und in meiner Hausbar damals schon hatte. Und zwölf Jahre. Das ist irgendwie, wenn man gefühlsmäßig aus Schottland kommt, ist das irgendwie einfach. Da ist eine Jahresangabe. Wenn das heute noch weniger zählt als früher. Oder der Fall ist bei vielen Abfüllungen. Aber trotzdem, zwölf Jahre, Faststärke, habe ich irgendwie gedacht, dass das ist es. Es ist ja nicht so, als ob andere Abfüllungen das nicht hätten. Sagen wir mal den Buckers. Hatte ich ja auch schon. Der ist ja meistens so sechs, sieben Jahre aus meinem Gedächtnis. Würde ich auch überhaupt gar keinen Unterschied von der Wertigkeit machen. Jetzt, wo ich minimal mehr Bourbon-Erfahrung habe. Ich streife das Thema ja nur. Aber versuche ich heute mal wieder hier eine Lanze für zu brechen. Das Badge ist jetzt auch nicht aktuell. Sondern ich hatte einfach, die Gelegenheit war da und ich habe Lust drauf. So kommt das eine zum anderen. Ich nehme mal eben meine Karte. Wir haben das Badge B517. Bei denen eigentlich, oder nicht nur eigentlich, sondern es ist relativ einfach. Drei Abfüllungen im Jahr. A, B und C. Fünf für den Monat. Das ist also die zweite Abfüllung Mitte des Jahres. Und 17 2017. Also er ist schon relativ alt. 62,1 Volumenprozente. Ihr könnt bei Heaven Hill auf die Seite gehen. Da habt ihr, ich weiß jetzt nicht, seit wann es diese Abfüllung gibt, aber ihr habt viele, viele Jahre, die ihr anklicken könnt. Und immer sind die einzelnen Badges aufgelistet. Und ich hatte mal geschaut, 2015 habe ich meine Flasche damals für 49 Euro gekauft. Jetzt liegt er so bei 70, 80 Euro. Ich möchte nicht sagen bis, weil er geht auch bis 100. Ist so ein bisschen verrückt. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen ab von den einzelnen Badges. Ich bin jetzt ja kein Bourbon Fanatiker. Deshalb kann ich da nicht so tief in die Badges eintauchen. Aber da gibt es ja mittlerweile andere tolle Kanäle, die das machen. Ich versuche einfach nur, ein bisschen Spaß mit dem zu haben. Er ist auch 62,1 Volumenprozente. Ist ja schon ganz schön Power. Ich habe es mir nur mal aufgeschrieben. 2020 war es, glaube ich, da hatten sie sogar mal einen mit 68 Prozent. Farbe blönde ich euch mal ein. Habe jetzt nichts zum Vergleichen daneben gestellt. Ich habe ihn hier als wirklich Fassstärke stehen. Da verdünnt. Ich fange mit dem Verdünnten an. Jetzt werdet ihr sagen und die Marketingabteilung von Heaven Hill auch. Denn sie schreiben es auch so auf der Seite. Warum tust du das? Hier habe ich, oder Entschuldigung, das schreiben sie nicht auf ihre Seite, sondern sie schreiben eher, hier haben wir die Möglichkeit, den Whisky genauso zu genießen, wie ihn der Master Distiller im Lagerhaus probieren kann. Ja, stimmt, werde ich am Ende auch machen, aber ich taste mich erst mal so ran. Es kommt so ein bisschen drauf an. Ich hatte wirklich auch noch mal nachgeguckt. Manche Bookers Abfüllung, da geht es auch immer viel um die Badges. Kriege ich auch noch zu dem Preis. Ich kriege aber auch andere Badges, die dann sofort 30, 40 Euro mehr kosten. Die beste Fassstärke bei meiner wenigen Whisky-Erfahrung, die ich bis jetzt hatte, ist eigentlich auf Platz 1 der Stack Junior. Ich hoffe, der war auf jeden Fall in Fassstärke. Dann der Bookers und dann aus Erinnerung er hier. Es ist noch mal ein Argument, ihn zu probieren. Und die hat es schon so viele nicht. Der schreibt jetzt nicht drunter, Mensch, du musst noch mal hier ein Blendens oder so probieren. Ja, muss ich noch, ich weiß. Aber so ist es im Leben. Ihn habe ich jetzt schon das zweite Mal und manchen anderen noch gar nicht. Amerikanische Eiche. Eiche, Eiche, Eiche. Nach zwölf Jahren ja auch überhaupt nicht verwunderlich. Aber hier ist die erstmal tonangebend. Und das finde ich beim Bourbon dann wiederum spannend, wenn man erstmal mit dem Gemecker aufgehört hat und sich über Klebstoffnoten ausgelassen hat. Hier hat man eben das, oder hier habe ich Aromen in der Eiche, die ich in Schottland bei der Zweitbefüllung, sage ich es jetzt mal so, nicht habe. Oder nur ganz, ganz selten. Auf jeden Fall in der Stärke, man kann jetzt über alte, alte Ex-Bourbon-Abfüllungen dann nochmal streiten. Aber hier solche, solche Minz-Schokonoten. Und dann so eine intensive Vanille, eine Minz-Vanille, könnte der hohe Alkohol sein. Ich habe ein bisschen verdünnt, ich denke mal so 58. Dazu ordentlich Zunder und Holzwürze. Erst vor zwei, drei Stunden was mit europäischer Eiche probiert. Die Intensität ist beim Bourbon ähnlich, aber eben eine andere Oktave, wie ich das oft sage. Frucht tue ich mich immer schwer bei Bourbon, also bei vielen Bourbons. Ich hatte zuletzt ja auch die, oh, die habe ich vergessen, die New Riff-Abfüllung. Dieses Bottled in Bond. Aber da muss ich sagen, dass ich die Bottled in Bond-Abfüllung besser fand als die hochprozentige Abfüllung. Ich weiß gar nicht, ob die auch als Barrel-Proof lief oder wie auch immer. Aber da muss ich bestimmt, die ist auch noch vorne mit dabei. So ein bisschen habe ich dann doch schon probiert. Dazu, wie zu erwarten, diese klassische Mais-Note, obwohl ich hier irgendwie den Verdacht habe, dass da auch, ich kenne jetzt die Rezeptur vom Leier-Craig jetzt nicht aus dem Kopf, aber dass man so leicht auch ganz leicht ein bisschen Roggen merkt. Entschuldigung, Gerste. Ich rudere zurück, Gerste. Das schmeckt dann immer so ähnlich, wenn ich manchmal am Kochen bin und man brät mal ein bisschen Mais mit an in so einer China-Pfanne und dann geht man drüber und dann hat man auf einmal diesen auch Mais-Geruch in der Nase. Und hier ist der... Es erinnert mich dann immer wie so eine ähnliche Nuance vom, was man in Schottland durch Rauch erreichen kann, habe ich hier durch diese unterschiedlichen Getreidearten und dazu dieses intensive Holz, dieses erstbefüllte Holz. Ja, die Fässer sind natürlich ausgebrannt, ist ja die ganze Story rund um den Leier-Craig. Aber er wird irgendwie so ein bisschen... Süßlich. Mais ist ja süß, ne? Also das nochmal zu der Grundassoziation. Dazu diese Vanillenote, leicht karamellisiert. Leichte Schokonoten vom Holz und dann kommt diese ganze Holzwürzengeschichte. Und eine Frucht muss sich passen. Kann ich nichts Gescheites zu sagen. So, ich nehme ihn. Neunfünfzig. Holz. Noch mehr Holz, finde ich, als in der Nase. Und dieses Holz hat so einen leichten, karamellisierten Eindruck. Aber sonst eine sehr intensive Holzgeschichte. Und das, meine ich, haben so manch andere Barrel-Proof-Abfüllungen, die jünger abgefüllt werden, nicht so in der letzten Konsequenz. Auch wenn man da schon denkt, wow. Aber das hier, er entwickelt dann eher so leichte Kräutereindrücke von so manchem Hustenbonbon noch dazu. Aber so leicht. Vielleicht eher auch die lieblicheren Sachen. Ich hatte vorhin ja so ein bisschen Münze genannt. Die ist jetzt eher zurückgewichen. So ein bisschen Salbei. Und das geht dann wieder ins Holz über. Ist für mich ein Whisky, den ich eher im Sommer als im Winter trinke. Trinken würde. Ich hatte eben den normalen Standard 12er, meine alte Flasche von damals, 2016. Ich kann euch nicht mehr genau sagen, wann sie am meisten weggegangen ist. Aber für mich ist das eine Frühlingssache. Und nicht im kalten Winter. Mein persönliches Empfinden. So leichte Politurnoten. Angenehmer Bereich. Die gehen dann aber sofort auch, die sind kurz am Anfang da, wo ich jetzt beim Single Malt oft so diese fruchtigen Komponenten habe. Dann habe ich hier dieses Vanille-Karamell. Leicht Politur. Und dann geht es ab in das Holzspiel. Nennen wir es mal so. Was mir hier so ein bisschen in der verdünnten Form gefehlt hat, ist wirklich dieses Konzentratmäßige, dieses Sirupmäßige, was ich oft bei Fassstärken im Böbenbereich habe. So ein bisschen was Brombeermäßiges, Johannisbeere. Bisschen frisch, Zitrusmäßig. Minimal. Aber das kommt auf einmal durch. Weil die Vanille-Karamellfracht etwas im Hintergrund ist und dann direkt das Holz einsetzt, ist auch von der Intensität her leichter, aber es kommt noch ein bisschen verdichtet darüber. Um es mal so auszudrücken. Mit meinen leichten Kräutereindrücken. Ich bleibe bei so einer leichten Salbeinote. So ein bisschen auch was von von manchen Kräutern in der Zahnpasta. Oder Almdudler. So eine ganz sinnige Kräuternote. Ist jetzt nur so ein ganz kurzer Moment. Da ist hammer viel, wie gesagt, Vanille-Karamell drin, auch wenn es jetzt so ein bisschen weiter zurück ist und dann diese ganze Eichenfracht. Aber ich suche gerade was, was da eben noch so herumkommt. Und das ist eben auf der einen Seite diese leichten Fruchtansätze, die ich jetzt habe und diese Kräuternote. Massivst stärker. Schokolade. Dunkle Schokolade mit ein bisschen Marzipan. Mit Marzipan und Politur. Ein bisschen Milchkaffee dazu. Ich muss mich da aber rantasten. Ich kann die nicht sofort unverdünnt trinken. Ich habe sinnigerweise oft das Gefühl, dass ich am Ende einen Bourbon in Fassstärke pur trinken muss, damit man ihn voll wahrnehmen kann. Bei den Schotten bin ich davon ja oft weg. Ihr merkt das ja. Ich habe ihn dann einmal stärker verdünnt, einen Schotten, dann noch ein bisschen verdünnt. Aber ich habe manchmal Videos, da habe ich ihn gar nicht pur. weil ich keine Lust drauf habe. Oh, jetzt wo ich ihn mit dem Gaumen unverdünnt habe. Geht es hier auch los? Diese Kräuternote hat jetzt auf einmal so ein Lakritz im Hintergrund. Gibt es Marzipan-Lakritzen, oder? Also ein bisschen aus der Haribo Colorado Packung dieses Lakritz in der Mitte und dann oben unten dieses Schoko Haribo. Er legt sich auch viel schöner in den Mund, breitet sich aus. Das war eben nicht schlecht, aber das muss man so nehmen. Also hier würde ich wieder unterschreiben, wenn man den nicht verdünnt, verpasst man was. Ich glaube, manchmal sage ich auch schon mal beim Scotch, brauche man nicht verdünnen. Und er macht von der Nase zwar, ist er minimal verschlossener, aber im Mund eine wahre Explosion. Im Vergleich, ich habe kaum, also ich habe ein bisschen Wasser dran getan. Ein bisschen mehr, als ihn nur zu lockern, auch um ein bisschen runter zu verdünnen. Aber ja, gut, also Eiche. Es geht beim 12er vor allem um amerikanische Eiche zu erfahren in meinen Augen. Es kommt eine Hammer Vanille, Karamellnote dazu. Diese Kräuter sind ganz spannend. Hier im Mund hatte ich jetzt minimal, höchstens eine leichte Citrusnote wahrgenommen. Aber nicht, wie ich es jetzt eben in der Nase dann doch deutlicher hatte, eben meine meine Beeren. Gut, es wird leider nicht günstiger, den Bourbon zu probieren, aber ich finde den Preiseinstieg, ich gucke noch mal von 2015, wo ich die Flasche gekauft habe, bis jetzt 22, also das sind, das sind, mein Gott, sieben Jahre. War ich den Quatsch schon so lange? Also ich habe es ja schon davor gemacht. In sieben Jahren von 50 Euro auf, wenn wir es gut kaufen, 70 Euro. Man könnte es natürlich auch böse sagen, 49 zu 80, das sieht schon wieder ein bisschen blöder aus, aber im Vergleich zu manch anderen Anstieg, den ich jetzt nur in den letzten sechs Monaten hatte, ist das ja human. Und beim Bourbon kann man sich ja auch freuen, ich meine beim Scotch auch, sie werden ja zum Glück in Ländern produziert, wo wir jetzt keine Lieferengpässe in Zukunft erwarten müssen. Vom Preis natürlich schon, dass die Welt sich drum kloppt, aber nicht generell wie jetzt zur Zeit woanders, dass man einfach gar nicht mehr rankommt. Nun gut. Okay, ich habe mal wieder Lust, ein Bookers zu trinken, habe ich gerade so oft davon erzählt. Ein Stack wäre auch cool, aber die sind mittlerweile so schwer zu kriegen. Aber ich glaube, ich sollte mit so einem Blend ins Gold, oder was ist da diese Fassstärke? Verbessert mich. Den muss ich mir mal vornehmen. Okay. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. MARKUS